Wichtig ist, dann sterben Sie in Einsamkeit, das wissen Sie schon. Sie verenden aber in Depressionen und das ist tatsächlich eine anerkannte Krankheit, die sehr tödlich ist. Wollen Sie das denn? Wollen Sie einfach sterben? Herr Dutch, haben Sie das gelesen? Ja, habe ich. Alles klar. Na, ich fahr mal rein, ne? Ja, machen Sie das. Brauchen Sie Hilfe? Die Männer hier wollen nicht. Also, eh, ganz ehrlich. Ja, okay, gut. Ja, stand sehr weit. Ich nehme dich mit, aber... Ich nehme dich mit, ich nehme dich mit. Hier hast du. So, ich wollte dich verlassen. So, mein Kollege, jetzt den Kopf schmerzen. So, ich bleibe nachher. Tritt mal mich gut? Äh, wir wurden auf unserer Seite. Der Kopf wurde gerade geschossen, ne? Ja, ja, habe ich gesehen. Äh, am Südhör wird auf uns geschossen, Leute. Äh, wir sind in der Nähe. Wir kommen. Durchbruch, schwarzer Jeep. Okay. Ich bin unterwegs. Streife Maxback kommt. Wagen kommt. Am Ostseite, am Vort kommt es auch. Nicht auf mich schießen. Schwarz, der Geländerwagen. Achtung, ich bin mit Herrn Dutch im schwarzen BMW auf dem Gelände. Sorry. Kein Ding. Haben wir den Gelwagen verlochen, oder? Ja, wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Aber man sieht das Einschlussloch hinter uns, ne? Ja, ich glaube, müssen wir nicht jetzt beweisen. Machen wir jetzt nichts dagegen, oder? Fremde auf dem Vort kommen? Ja, noch drei Fremde auf dem Vort kommen. Positiv, schwarzer Jeep. Alle eliminiert, alle eliminiert. Rauhba, Rauhba. 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 Rauhba.